so da sind wir auch schon wieder bei minecraft wir haben soweit den leuchtturm geschaffen da drüben ist er mit seiner ganzen bracht ich nehme mal kurz noch mal ein kleines schlückchen da oben das stück müssen wir noch machen mit der wolle und dann dort oben naja mal schauen müssen wir einfach mal schauen wird schon funktionieren hallo kuh du bist mir gerade im weg ich muss ich doch mal schauen kommen ich muss mich noch mal scheren ich brauche noch mal eure wolle hallo ausgebüxt oh tschuldigung ausgebüxt zwei schafe verloren das ist wieder weniger wolle für mich das ist doof so mehr schafe brauchen wir hier nicht das sind glaube ich jetzt genug die menge die wir jetzt haben hier die müsste glaube ich erreichen wir haben jetzt noch sand wenn ich das glas jetzt noch machen das holz muss wohl noch genug da haben sand haben wir auch mehr als genug gucken wir mal den rest mal hier rein oder ich brauche jetzt nicht mal so viel glas und dann müssten wir uns noch ein bisschen holz holen ich nehme es mal von hier dann können wir uns das glas noch brennen ich habe noch ein bisschen eisen drin das ist sehr schön hier kann man noch ein bisschen was dazu schmeißen noch ein bisschen was das ist ganz gut das ist ganz gut eisen kann noch mit hier rein so die rote wolle so die rote wolle weiße wolle die brauchen wir rote wolle nämlich was äh schienen habe ich noch ein paar äh Bücher noch Feuerzeug ähm 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 So, jetzt ziehen wir da auch noch ein paar. Gut, Erde. Hier noch etwas. Da kann ich hier das nächste Schild hinmachen mit der Erde. Da ist doch jetzt noch ein bisschen, dass Glas dann fertig ist. Dauer. So. Hier noch ein paar Schilder noch mit. Oh, die Seite hier, die ist ja alles mit der Erde jetzt hier. So. Hier sind wir das schon wieder klein. Hier habe ich wieder Kapsdruck an. So. Schilder von hier. Zack. Jetzt könnte ich noch ein bisschen Werkzeug anfertigen, da weil das Glas noch brennt. So, wir müssen noch ein bisschen Werkzeug haben. Manchmal so und so. Hier muss man auch noch ein bisschen... ...bis es dann irgendwann mal passt. ...bis es dann aber auch nicht hoch... ...huch, äh, hup... ...hup, jetzt habe ich das gemacht, aber das ist egal. Spitzhacken, da wir auch so wenig haben im Winter, so, haben jetzt noch ein paar Spitzhacken gefertigt, Spitzhacke, 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 Spitzhacke. Oh Gott, Paare könnten wir noch machen. Können wir hier unten machen, ist auch nicht schlecht. So, zack. Und zack. So, da haben wir noch ein paar Spitzhacken. Da werde ich noch mal ein paar machen, das wäre ganz cool. Na gut, das Paar noch hier. Dann wär's das. Schon mal. So, da haben wir das schon noch. Haben wir noch ein bisschen vorgesorgt. Mal gucken, wie es mit den Ächsen aussieht. Gut, da haben wir noch ein paar über. Und Schaufeln muss ich noch mal gucken. Gut, hier haben wir noch die Holzschaufel. Und hier haben wir auch noch ein paar kleine Schaufeln. Sogar noch eine Eisenschaufel haben wir sogar noch. So, bisschen Blas haben wir schon mal. Guck mal, was noch für den Öfen drin ist. Hier ist nix drin. Da könnte man hier noch ein bisschen Holz reinschmeißen. Hier dauert es noch ein bisschen. Gut, die Öfen sind leer hier unten. Spinnbox. Das rein. Gut, aber ich steuere mal. Das Glas müsste erstmal reichen. Der Rest kann erstmal weiter brennen hier. Weil ich würde jetzt erstmal weitermachen wollen. Sprich mit dem Leuchtturm. Dass der dann auch schon mal ein bisschen fertig wird. Boah. Sieht ja aus, das Ding. Ich glaube, hier haben wir so einen Leuchtturm dort hinten. Gut, der ist bloß bis zur Hälfte zu sehen, ne? Naja, jetzt baut er sich auf. Wir können den noch ein bisschen anpassen auf jeden Fall. Hallo Kuh. So. Der Turm in seiner ganzen Pracht. So. Prost. So. Schnief, schnief. Und jetzt geht's auf zum Turm. Noch ein paar Anpassungsarbeiten machen. Da könnte man nämlich hier mal so ein genies Fenster einmachen, ich mach es mal so hier.